... Wir kommen der Bitte nach, der vielen Freunde von Knut, ihn wieder zu sehen. Und wir sind sehr stolz darauf, was für eine tolle Arbeit hier unsere Präparatorin geleistet hat. Wir sind ein Haus des Lebens und der Zukunft. Wir erforschen die Erde und das Leben im Dialog mit den Menschen. Und Knut ist ein wunderbares Symbol für uns, um mit den Menschen erst emotional und dann vielleicht rational über einen Diskurs für die Zukunft unserer Erde ins Gespräch zu kommen. Wofürg вы ankommt, die投グ des canhongs sind, um mit den Lehkhaft zu tun. Vielen Dank.